Hallo und Herzlich Willkommen zurück bei Pick'n Bunny. Heute wollte ich einfach nochmal sagen, warum in letzter Zeit nicht mehr so viel kommt und auch nicht regelmäßig. Es ist einfach in letzter Zeit, die Kaninchen machen mir gerade relativ Probleme gesundheitlich. Sie haben halt wie es aussieht leider Krebs und da schiebe ich jetzt eine schwere Entscheidung an. Und wie es aussieht hat mein kleiner Lieb, mein Hirntumor und das sind alles ziemliche Dinge, die mich gerade sehr belasten. Am 21. werde ich natürlich zum 4. September das Türchen für euch drehen und schon alles im Castles wird pünktlich kommen. Allerdings wird leider nicht wie geplant der Adventskalender kommen. Ich entschulde mich und bitte um euer Verständnis.